ARD Text im Auftrag von Funk Hast du Pamper-Saukrieger? Wie gesetzt! Hey, Marc! Wo spielst du denn da? Jetzt geht es aber los hier! Jetzt läutet hier das iPad! Wenn du Schäfin anrufst, muss ich mir immer ran gehen. Grüß euch Leon! Kurzes Review. War ein bisschen stressig, 2 Stunden lang. Was sagt ihr zu meinen neuen Matten? Es schaut nur scheiße aus, aber es fühlt sich gut an. Ja, 2 Stunden 10 hat es dauert, bis die Gruppe gegangen ist. Da haben wir ein bisschen einen Zwischenfall gehabt. Weil Bauern gestreikt haben. Also denen hat das nicht so getaugt mit der Tour de France. Ich weiß auch nicht genau, worum es gegangen ist. Die Polizei hat Pfefferspray eingesetzt, kurz bevor wir gekommen sind. Da hat es doch einige Fahrer betroffen. So wie mein Spitzenzimmerkolleg. Ja, also ich habe einen Glück gehabt, ich war auf der rechten Seite. Mir hat es nichts getan. Aber ja, wie geht es dir jetzt? Passt wieder? Ich bin ziemlich müde. Ich habe es in die Gruppe des Tages geschaut. Für einen 8. Platz hat es gereicht. Also, hallo! Das ist mein Nachspeis. Figur Secco. Getrocknete Feigen. Das ist mein Nachspeis. Und ein 100er Schokolade. Was hast du verdient. Du darfst ein Wasser trinken. Ich gönne mir einmal ein Wasser. Ciao.